Ja, also hier werden Filmaufnahmen gemacht und ich bin gerade gebeten worden, höflich jetzt gerade mal nicht vorbeizugehen, weil sie hier am Aufnehmen sind. Die Filmcrew. Keine Ahnung, was das für ein Film ist oder wird. Auf jeden Fall geht eine Frau in einem komischen Mantel am Strand spazieren. So, jetzt scheinen die Zähne im Kasten zu haben. Ja, heute ist schon hier eine Stimmung mit der heranbrechenden Welle. So, jetzt kommen sie wieder zurück. So, und wenn jetzt gleich die Kamera aus ist, dann habe ich keinen Strom mehr. Denn das Signal ist schon schwächer. So, wir haben Fotos noch gemacht, nehme ich an. So, jetzt kommen sie wieder zurück. So, ich bin dann schon wieder zurück. Oh! Oh! So, und da ziehen sie wieder von dannen. Das war doch mal was anderes hier am Strand. So, dann verabschiedet sich Harry und sagt bis später.